Amira, gewöhn dich schon mal dran, dass die Leute hier nicht auf deiner Seite, ja, also schon, hast mir das Herz gebrochen, ja, da macht man keine Witze drüber. Oliver Pocher wütet seit Oktober 2023 gegen seine noch Ehefrau Amira Pocher. Er ist sich sicher, dass sie ihn betrogen, belogen und hintergangen habe. Erneut werden wir Zeugen einer Trennung, die eigentlich nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat. Pocher interessiert es jedoch wenig. Er schikaniert, diffamiert und demütigt die Mutter seiner Kinder und macht aus den Ereignissen eine Comedy-Show. Seine Ex-Freundinnen durch den Kakao ziehen? Eigentlich nichts Neues aus dem Hause Pocher, dennoch scheint alles aus dem Ruder zu laufen und wir fragen uns, geht er nun zu weit? Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt, abonniert uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt auf YouTube unter ok-tschau-podcast und wir haben was ganz Tolles zu verkünden und zwar werdet ihr uns live sehen am 28. April um 20 Uhr in Köln in der Wohngemeinschaft im Rahmen des Poddy-Festes. Tickets sind ab sofort verfügbar, wir packen euch die in die Shownotes oder in die Beschreibung und wir würden uns ganz doll freuen, wenn ihr kommt. Ja, ein paar von euch kommen ja schon. Das ist echt cool, dass Leute, die uns nicht persönlich kennen, kommen und wir euch endlich kennenlernen können und der Rest ist aufgefüllt mit unseren Familien und Freunden. Ihr lernt die Mama von Maria kennen, vielleicht kommen meine Eltern auch. Oh ja, ich glaube, die ganze griechische Sippe kommt. Boris meint schon so, wir kommen auf alle Fälle zu fünft, potenziell mehr, mach dich auch was gefasst. Zu fünft, wer kommt denn? Vielleicht lernst du Vicky kennen. Vicky! She's an Icon. I love her already. Meine Eltern müssen kommen. Ja, ich weiß. Ich versuch's, ich versuch's. Meine Eltern sind was älter. Wir können danach was trinken gehen, das wäre lustig. Meine Eltern gehen nix trinken. Okay. Mal gucken, aber ich geh mit deiner Familie was trinken. So, wir haben aber heute ein super wichtiges Thema, worauf wir uns schon seit Monaten vorbereiten und wir immer wieder merken, scheiße, das Thema ist zu riesig. Es gibt so viele Meinungen, es gibt so viele Aspekte zum Mann, The Legend, Oliver Pocher. The Legend. The Legend. Wie heißt das? Take it with a grain of salt? Yes. Achso, ja. Ich hab's natürlich nicht ganz ernst gemeint. Wobei sein Verhalten schon legendär ist im Sinne von, niemand macht sowas. Ich glaube, wenige Comedians, Prominente polarisieren so wie Pocher. Nicht einmal Luke Mockridge hat es geschafft, so zu polarisieren. Nein. Let's be honest. Das war krass. Der hat scheiße gebaut. Genau, es ist krass, was mit dem passiert ist, aber Pocher polarisiert seit über 10, 15 Jahren. 20, wie lange ist seine Karriere? Nee, also der hat ja 2003, hat er seinen ersten Auftritt bei TV Total. Darüber kennt man ihn ja auch und dann hat er ja sein Rent-Epocher hier, nicht Segment, sondern seine eigene Sendung gehabt und hat er die ja auch vorgestellt. War schon damals unerträglich. Ja. Echt auch gemein die ganze Zeit, wo er sich ja schon damals über irgendwelche Leute, vor allem Frauen, lustig gemacht hat und so auf übelste Art und Weise. Und ja, und das wollen wir uns jetzt heute mal angucken, vor allem die Frage stellen, geht er nun einfach zu weit? Weil wir kennen Pocher so wie er ist und das, was er halt seit über 20 oder 20 Jahren macht, aber gerade passiert etwas, das wirklich, glaube ich, mehrheitlich den Leuten aufstoßen und ganz viele Leute sagen, das gerade ist irgendwie zu krass. Das hat nichts mehr mit Comedy zu tun. Genau, richtig. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, uns nur auf seine Ex-Beziehung zu konzentrieren und vor allem seine aktuelle Ex-Beziehung so, weil das, was er jetzt macht, genau, wie du gesagt hast. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Bevor wir aber auf die Ex-Beziehungen eingehen, ein kleiner Background-Check. Das finde ich ganz spannend, um auch so ein bisschen sein Werk als Comedian und ihn zu verstehen und vielleicht, was es so für Zusammenhänge zum Jetzt gibt. Pocher ist ja als Zeugen Jehovas groß geworden und mit 18 ist er ausgetreten, eckt er aber bereits als Kind an. Er erzählt in Interviews, dass er bereits mit fünf Jahren Spaß daran hatte, einfach unangebrachte Witze zu machen und damit halt seine Familie und vor allem seine Eltern zu schocken. Er spricht oft oder er wird oft auf seinen Status als Außenseiter angesprochen. Er ist ja schließlich Zeugen Jehovas, das heißt, Kinder dürfen keine Geburtstage fahren, nicht auf Partys gehen. Also du bist halt wirklich ein Außenseiter als Kind. Und er erklärt, dass er das vor allem mit seinem Humor kompensieren konnte. In einem Interview erzählt er, dass er ein Klassenclown war und auch, dass er gerne austeilte. Und er hat auch ein Beispiel genannt, aber das Interview gibt es nicht mehr, darauf werde ich gleich eingehen, dass er dann auch kein Problem hatte, Kinder, die halt nicht konventionell so normal aussehen, auszuteilen. Kinder, die dick sind oder sonst was. Das erzählt er so in einem Interview. Findet er halt witzig. Wer gibt denn freiwillig zu, dass man Leute gemobbt hat in der Schule? Er sagt halt nicht mobben, er sagt halt, er hat Witze gerissen. Das ist es nämlich. Er versteht es nicht. Er sagt auch, dass er selbst gegen Lehrer ausgeteilt habe. Ja, das ist okay. Ja, es ist unterm Strich interessant, wie er das beschreibt und halt auch so für sich einordnet. Aber was so bei jemandem, der das anders sieht, dann ist es schwierig, das was er über sich und seinen Humor sagt. Er sagt, er liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, mit Humor die Grenzen auszureiten und damit einfach das Gegenteil von all dem zu tun, was andere tun. Wenn er halt über seine Lebensgeschichte und sein Werk als Comedian spricht, inszeniert er sich auch gerne als Rebell. Das hört man besonders gut bei seinem Interview mit Alexander Müller von Creator, also Creator und Great Creator. Creator. Das Video ist gelöscht worden. Ich konnte es nicht mehr finden heute. Im November, oder wann wir die Recherche gemacht haben, angefangen haben, war es noch da. Dort spricht er über seinen Humor und seine Meinungen, die ungefiltert sind. Dadurch polarisiert er und dementsprechend, wenn nicht seine Meinung ist, wird er dann halt böse. Wenn er zum Beispiel dann etwas gegen Promis sagt, dann finden das natürlich die Fans dieser Promis Kacke. Dennoch, sein Provozieren sei keine Strategie und auch nicht kalkuliert. Das glaube ich ihm sofort. Genau. Und dann sagt er halt so, ja, ich mache das ja nicht wie eine Michaela Schäfer, die damit ganz kalkuliert ans Provozieren geht. Also direkt wieder ein Schuss gegen irgendeine Frau, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Er ist einfach er selbst. Genau das macht ihn aus. Er ist ein Rebell. Er tut all das Gegenteilige, was andere tun. Er ist halt der Coolste von allen. Und er spricht dann auch über seinen Auftritt bei Let's Dance. Er war Teilnehmer der zwölften Staffel. Und selbst RTL schreibt über ihn, Oliver Pocher hat die zwölfte Let's Dance-Staffel auf den Kopf gestellt. Er sagt über sich selbst, er nahm sich halt zu der Zeit nicht ernst. Er schaffte auch seinen Sinn für Humor in die Tänze und seine Auftritte mit einzubinden. Und er betont halt auch, dass sein Anderssein beim Publikum gut ankam. Dabei setzt er sich natürlich auch wieder in Kontrast zu seinen MitstreiterInnen, die sich alle viel zu ernst nehmen und dass er im Gegenteil zu denen keine Sexskandale nötig hat oder so total übertrieben und überemotional halt für sich zu werben. Das braucht er alles gar nicht. He's not that girl. Er ist ein Pick-Me-Girl. Er ist ein Pick-Me-Girl. Ja. I'm not like other girls. Ja, ich bin was ganz Besonderes. Er weiß aber auch, dass das, was er tut, nicht immer zieht. Es ist eine Sache des Zeitgeistes. Er sagt auch, was ich spannend fand, dass sein Humor ja nicht nur andere trifft, sondern auch ihn selbst. Und wenn er das doch aushalten kann, dann müssen es andere auch aushalten können. Wobei ich mich frage, wie kalkuliert ist das? Und vor allem, was heißt denn aushalten? Er hält doch gar nichts aus. Der teilt doch direkt wieder aus. Also dann ist es doch einfach nur streiten. Versteht das Konzept von Streiten nicht? Also er dreht alles so, wie es passt. Ja. Er sagt auch, dass er sich auch nur über Leute lustig macht, die einen gewissen Status erreicht haben. So eine Heidi Klum zum Beispiel, die sich wie eine 17-Jährige als 40-Jährige verhält. Oder halt ein Michael Wendler, der darüber spricht, dass er die damals 18-Jährige Laura Müller in Jungfurt hat. I mean, I get it. Das ist, also ich sag ja nicht, dass er sich über keinen Menschen lustig machen darf. Es geht ja darum, dass er Leute, also das, was er, also vor allem das, was er jetzt tut. Ja. Okay, wir kommen gleich dazu. Pia Krause war dann auch in Köln und hat den besucht. Und dann fragt er ihn so, ja, wer ist denn so dein Publikum? Und Pia Krause sagt, das sind Leute, die differenziert und kritisch sind. Menschen, die es aushalten können, wenn er Dinge scheiße findet. Interessant, ne? Wie er sich selbst einschätzt. Das ist wirklich interessant. Also, es gibt doch wohl einen Unterschied zwischen, ich mach mich drüber lustig, wie Heidi Klum sich in der Öffentlichkeit verhält, was, ich meine, sie selber packt ja ihr ganzes Privatleben in die Öffentlichkeit, ne? Also man sieht super viele Einblicke über die Ehe zwischen ihr und Tom, lässt sich auch darüber streiten, inwiefern man darüber halt urteilen sollte. Aber ich verstehe, ne, das Konzept von Comedy, ich mag Comedy, also auch die, die sich über Promis lustig machen, weil manchmal ist es wichtig, Leute auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Ja. Nach dem Motto, girl, come on. Genau, genau. Und letztendlich, Heidi Klum hat ja auch sehr viel Scheiße verbockt, ne? Sie muss kritisiert werden für viele Dinge, die sie tut, alles in Ordnung. Aber was, diese Seitenhiebe gegen Michaela Schäfer zum Beispiel, nur weil sie ihren Körper präsentiert, sie Onlyfans hat oder ich weiß gar nicht, ob sie da ist, aber so in die Richtung geht, macht es sie zur Angriffsfläche. Aber sie tut doch keinem weh und sie, sie, das ist, sie trifft Entscheidungen über ihr eigenes Leben und das ist halt nun mal ihr Job. Sie hat sich dazu entschlossen, das als Job zu, auszuführen. Er macht sich quasi nur über sie lustig, weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, so zu sein. Weil er aber auch ein krasses Wertesystem hat. Genau. Innerhalb dessen man auch nur leben und existieren darf. Genau, richtig. Und alles darüber hinaus ist halt eine Angriffsfläche für ihn. Genau. Das kommt ja dann halt, seine Kindheit ins Spiel. Das macht, versteht man, also versteht man sofort. Ja. Und er hat in der letzten Podcast-Folge mit Sandy darüber gesprochen, ne? Sein Vater hat einen Schlaganfall erlitten letztes Jahr und es tut mir auch mega leid und man merkt auch, dass ihm das richtig zugesetzt hat. Das muss ungefähr auch zur selben Zeit wie die Trennung gewesen sein, glaube ich. Also ich muss mal, muss man auch nochmal nachgucken. Ich habe das erst gerade, gerade gelesen. Und da sagt er halt auch so, dass er sein, also man merkt, wie sehr er seinen Vater halt liebt und wertschätzt und wie wichtig es ihm ist, dass er stolz auf ihn ist. Deswegen, wer weiß, was für, und er sagt auch, dass sein Vater es super toll findet, was er macht. Interessant. Deswegen, wer weiß, wofür er das alles halt eigentlich macht, um halt dann immer noch die Gunst seines Vaters zu bekommen. Also ich finde, er merkt selber gar nicht, was Sache ist. Er sieht gar keine Grenzen, weil die Menschen lachen ja. Und er versteht dann gar nicht, okay, warum wird jetzt hier gerade angeeckt gegen mich. Will dann aber erst recht über die Grenzen hinaus, weil ihn das irgendwie, ne? Weil er gerne halt rebellisch ist. Genau, richtig. Wenn ihr mir den Mund verbieten wollt, dann erst recht. Genau, richtig. Also er ist eigentlich super einfach gestrickt und überhaupt nicht that girl. So wie er denkt. Ja, ja. Was sagst du? Ich bin da voll und ganz bei dir. Ich würde mir einfach für ihn wünschen, dass er kritisch seine eigenen Sachen begutachtet. Und ich glaube, das passiert halt einfach nicht. Ich glaube, dass er nicht kritisch auf sich gucken kann. Und, ne, klar, natürlich, sein Humor ist halt zynisch, er hat eine spitze Zunge, a la Desiree Nick und so. Und damit wirst du immer Leuten auf die Füße treten. Ich finde aber, dass es manchmal Grenzen gibt, über die man auch im Nachhinein reflektieren kann, dass es nicht okay ist. Und wenn ich bei KünstlerInnen sehe, dass das gar nicht stattfindet, weil sich natürlich auch irgendwie der Zeitgeist ändert, dann finde ich das schade. Ja. Ich meine, er kann ja tun und lassen, was er will. Er kann ja über Michaela Schäfer oder wem auch immer was sagen, aber er wird halt immer Kontra bekommen. Ich glaube, das macht ihm auch nichts aus. Nee. Weil er halt ein Rebell ist. Genau, richtig. Aber was er verstehen muss, ist, dass er halt Leute verletzt. Und ich meine, jetzt hat er diesen Humor ja gegen seine eigene Familie gerichtet. Also hat er zwar schon immer irgendwo gemacht, wobei, wir haben ja auch jetzt bei unserer Untersuchung gemerkt, gegen Sandy hat er nicht ansatzweise so viel geschossen wie gegen Amira. Das mit Amira, das ist persönlich. Das ist persönlich. Ja. Und das ist halt ... Das davor war wirklich noch irgendwie Comedy. Bei ihm, finde ich, verschmelzen auch so die Grenzen. Ja, total. Du weißt jetzt nicht, okay, ist das jetzt wirklich Comedy-Comedy oder ist das einfach Gemeinsein? Ja. Aber er packt dann immer so diesen Comedy-Mantel da drüber. Genau, richtig. Das war doch nur ein Scherz. Dann denkst du dir nur so, es hat sich aber echt persönlich gerade angefühlt, diese Seitenhiebe. Und das finde ich halt schade. Das ist ja immer eine Diskussion in Comedy, so was ist noch Comedy, wo sind die Grenzen? Es gibt die Grenzen, nämlich wenn man das so untersucht, wie du das jetzt auch gerade gemacht hast, es gibt einen Unterschied zwischen Mobben und zwischen Kritisieren und dann halt noch diese Kritik witzig verpacken. Ich finde das, was er immer gegen Michaela Schäfer sagt oder was auch immer, ist Mobben. Oder was er jetzt halt auch mit Björn gemacht hat. Vor allem hat er auch immer mehrheitlich so ein Thema. Er schießt vor allem auf Frauen, die wir halt in unserer Gesellschaft als so Tussis, Sexobjekte und so kategorisieren. Genau. Es ist vor allem immer so eine Zielscheibe, die er hat. Es ist halt eine einfache Zielscheibe. Weil er die ganze Gesellschaft draufhaut, also let's go. Genau, richtig. So wie er über Cora Schumacher gerade spricht, gab es einen Grund, so über Cora Schumacher zu sprechen? Immer wieder dieselben Sachen über sie rauszuholen. Es reicht doch auch irgendwann. Irgendwann ist der Witz auserzählt. Und ich überlege gerade, gibt es eigentlich, okay, jetzt müsste ich natürlich seine ganze Comedy-Routine alles immer geschaut haben, aber ich überlege gerade, wenn er sich über Männer lustig gemacht hat, dann auch eigentlich auch nur... So Boris Becker-mäßige Typen. Boris Becker, das sind halt Leute, die promiskuitiv sind. Ja. Die halt irgendwie Minderjährigen, also irgendwas mit Minderjährigen zu tun haben. Auch mit viel Geld und so. Mit viel Geld und halt, ja, mit Dingen, die halt eigentlich Sünden sind. Ja. Ja. Aber ansonsten, vor allem gegen Männer, kann er da gar nicht ansonsten, also der kritisiert ja keinen per se. Stimmt, du siehst auf alle Fälle eine konservative und religiöse... Total-Konnotation. Genau. Total. Ja. Das ist für mich komplett so ein... Der führt so einen Kreuzzug. Ja. Und versteht das gar nicht. Das stimmt. Das ist wie eine... Ja. Ja, und das fällt mir aber erst jetzt auf, wo du das alles nochmal erzählt hast. Ja. Wo wir schon seit Monaten über das mal reden. Ui. So. Okay, gut. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen seine Ex-Freundinnen, beziehungsweise Ex-Frauen an. Und da haben wir uns auf vier Frauen beschränkt, weil es gab sehr viele Frauen. Ja. Aber das waren so die Beziehungen, die halt bestätigt waren und wo wir auch, ja, konkrete Dinge rausfinden konnten, die jetzt für diesen Kontext wichtig waren. Da haben wir einmal Sabine Lisicki. Er hat über sie gesagt, dass sie nicht seine Traumfrau sei, was ich mir auch denke... Waren die da zusammen, als er das gesagt hat? Ich meine, ja. Oh, wei. Also die waren 2014 bis 2016 zusammen und Trennungsgrund, Olli soll sie betrogen haben. Schon während der Beziehung macht er sich über sie lustig und zwar in der Quizshow 5 gegen Jauch, sagte der damals 39-Jährige im Oktober 2015 an Lisicki gerichtet, das kann die Agro-Alte mal gebrauchen. Dabei ging es um einen Schnaps, der angeblich das Temperament von Frauen zügeln soll. Ich weiß nicht, inwiefern er das irgendwie gemeint hat. Sie ist ja Pro-Tennis-Spielerin. Keine Ahnung, vielleicht hat er Angst vor ihr. Sie ist ja auch wieder größer als er, meine ich. Ich möchte ja auch später mal mit dir über seinen Typ Frau reden. Das ist nämlich auch sehr interessant. Ja, ich verstehe den noch nicht so ganz. Wobei doch, das sind immer Frauen, die besser sind als er. Ja, vor allem ist das so ein Schlagfrau, die sind oft groß, schlank, blond, aus dem Kaliber Tussi, wenn ich das mal so ganz plakativ sagen kann. Und gleichermaßen hasst er diese Frauen. Und jede dieser Beziehungen hat auch so eine Art Hassliebe, ist das. Ja, irgendwie schon. Zu demütigen, aber dennoch zu begehren. Und in dem Moment, wo diese Frauen dann von ihm ablassen, wird er wütend und dann haut er drauf. Und das ist komisch. Ich finde, Amira von den vier Frauen, die wir jetzt gerade vorstellen, so noch ein bisschen, aber mehr Wärme mit reinbringt. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist halt das, was er die ganze Zeit gesucht hat vielleicht. Ich glaube, dass Amira eher so war, wie er sich eine Frau vorstellt und dann zu dem geworden ist, was er halt in der Vergangenheit begehrt hat. Und das hat ihm wieder in den Arsch gebissen. Oh. Snap. Okay. Schauen wir mal. Krass. Schauen wir mal. Genau. Dann, als beide bei der Show Global Gladiators mitmachen, ließ er folgenden Kommentar los. Ich war nie mit einer Sportlerin zusammen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mit einer Spitzensportlerin zusammen ist. Sie ist Spitzensportlerin. Ja. Und da zu dem Zeitpunkt waren die, meine ich, nicht zusammen. Nee, die waren nicht zusammen. Und ich verstehe nicht, was das überhaupt alles soll. Das macht er aber immer. Er haut auf seine Partnerin, damit er sich halt erheben kann. Genau, richtig. Genau. Und dadurch, dass er sie ja betrogen hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass er die Beziehung eh nicht so ernst genommen hat. Ja. I don't know. Sie hat aber auf jeden Fall drunter gelitten. Das kann ich mir gut vorstellen. Monika Ivankan war seine Partnerin von 2005 bis 2009. Beide lernten sich auf der Aftershow-Party zum Red Nose Day 2005 kennen. Er machte Witze über sie. Sie lachte darüber und verliebte sich in ihn. Da scheint eh so ein roter Faden zu sein, dass er vor allem irgendwie an Frauen gerät, die vielleicht, ja, nicht so viel Selbstbewusstsein haben. Kann ich die Idee in den Raum werfen? Ich weiß nicht, was ich davon halte, wenn ich einen Partner, also wenn der Typ, den ich dann irgendwie toll finde, sich so über mich lustig macht. Ich weiß nicht, Monika. Ich meine, sie ist ja die Bachelorette gewesen. Ja. Das heißt, sie ist schon jemand, die es auch mag, in dem Mittelpunkt zu sein. Ach so. Ich wollte halt gerade sagen, sie wirkte auf mich auch sehr selbstbewusst und sehr, sehr witzig. Und das wollte ich halt sagen. Oder es ist für sie vielleicht kein Problem, es über sich zu lachen in dem Moment, weil sie das nicht so ernst nimmt. Genau, richtig. Also ich hatte eh nicht das Gefühl, dass sie alles so super ernst genommen hat. Okay. Nur, was sie schon sehr verletzt hat, glaube ich, war ja, als sie sich ja getrennt haben, dass er halt auch mit ihr keine Kinder haben wollte, sie sich nicht heiraten wollte. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da auch so ein bisschen bitter ist. Aber, ja, genau. So lernten die sich kennen und dann haben die verkünden lassen nach vier Jahren. In den letzten Jahren hat vor allem der Beruf von Oli sehr viel Zeit in Anspruch genommen, sodass unsere Beziehung darunter gelitten hat. Wir mussten uns leider gegenseitig eingestehen, dass wir von der Zukunft unterschiedliche Vorstellungen haben. Daher war am Ende die Trennung unvermeidlich. Oliver erzählte Sandy in Pocher frisch recycelt, dass Monikas Vater wohl mit ihm Schluss gemacht habe. Bei einem Klitschko-Kampf sei sie nicht gekommen, sondern ihr Vater und habe verkündet, ja, da geht's nicht gut und dann hat er sie nie wieder gesehen. Ja, das ist ja ein Mamm-Move. Mein Vater wird das bestimmt auch machen. Zwei Monate später lernte er dann Sandy kennen und lieben, heiratete sie schnell und bekam dann auch mit ihr direkt Kinder. Etwas, das halt Monika nicht von ihm bekam. Sie wollte, sie hat das oft angesprochen. Ja, ich möchte Kinder, b-b-b. Bei Ivanka muss man sagen, dass Oliver bis auf den Kommentar auf den Wiesen im Jahr 2022 nicht so viel über sie gesagt hat. Zumindest habe ich nichts gefunden. Es war ja umgekehrt so, dass sie oft gegen ihn stichelte. Was er aber 2022 sagte, beide stoßen auf den Wiesen aufeinander, sie hatte keinen Bock mit ihm zu reden und dann lästerte er über sie in dem Podcast mit Amira. Er sagte so Dinge wie, ja, ich glaube, sie hatte einen Schlaganfall und konnte nicht reden oder vielleicht waren es auch die zugebotoxen Lippen, dass sie ihre Lippen nicht mehr bewegen konnte. Also auch wieder aufs Aussehen einer Tussi-Frau so gehen, ne? Ich habe, mir ist gerade was aufgefallen. Der Olli spricht ja momentan sehr viel über Boulevard-Zeitung. Und erst mal liebt er sie, jetzt hasst er sie. Wenn du nicht so viel darüber gefunden hast, über die Kommentare, die Olli gebracht hat. Ich habe das Gefühl, er reagiert irgendwie erst dann, wenn etwas etwas größer so breit getreten wird, wenn etwas in den Zeitungen vorkommt. Dass dieses Zusammenstoßen von ihm und Monika auf den Wiesen war aber der einzige Moment, wo er dann was sagen wollte, weil das ja überall in den Zeitungen drin stand. Ist das seine Motivation irgendwie? Vielleicht in den, ja, Aufmerksamkeit. Er liebt ja die Aufmerksamkeit, hat er ja selbst über sich gesagt. Ja, aber auch so das Gefühl zu haben, okay, jetzt haben die Boulevard-Zeitungen das aufgeriffen, jetzt muss ich ja auch was dazu sagen. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Ja, ja. Das letzte Statement von Ivankan war von vor zwei Monaten. Sie hofft, dass Pocher sich nie wieder trennen wird, denn all diese Trennungen sind einfach viel zu wild. Sie hat keinen Nerv mehr dafür und anscheinend kann man ja da auch ein gewisses Muster erkennen, sagt sie. Nee, das vor allem deutlich macht, wie Pocher halt so mit seinen Ex-Freundinnen halt umgeht. Genau, und sie sagte das, weil sie ständig darauf angesprochen wird. Immer noch nach all den Jahren. Ich glaube auch, dass diese Seitenhiebe, die sie immer wieder gegen Oli bringt, eigentlich auch nur passieren, weil sie ständig darauf angesprochen wird und darauf reduziert wird. Wobei Monika echt viel gemacht hat. Sie war Moderatorin auch bei der Model und hier, das Model und der Freak und da fand ich sie auch echt witzig. Ja, aber immer wieder. Dann, wie gesagt, lernte er Sandy drei Monate später kennen und lieben. Die beiden waren von 2009 bis 2013 zusammen. Zwei Jahre zuvor sagte er unter anderem über sie, für Sandy trifft die Reden, sah zu, zu jung, zum Sterben, zu alt, für Lothar Matthäus. Also, wenn er Witze über sie in der Vergangenheit gemacht hat, war das oft irgendwie auf ihr Luda-Tussi-Image bezogen, dass sie auch irgendwie mit Boris Becker verbandelt ist. Darüber hat er sich immer lustig gemacht. Die beiden lernten sich dann auf einer Party kennen. Sie konfrontierte ihn so, ey, warum machst du ständig Witze über mich? Das finde ich irgendwie scheiße. Die beiden verstanden sich aber so gut, dass die Nummern ausgetauscht haben, dass er sich dann bei ihr meldete, als er in München auf Tour war. Sie hatten wohl im Anschluss Sex und sechs Wochen später war sie schwanger. Oh, das hat die erzählt? Das haben die zusammen in dem Podcast erzählt, ja, im Live-Auftritt. Bei YouTube könnt ihr das Video finden dazu. Und Pocher sagt, die beste Entscheidung dieser Beziehung war halt, die Tochter zu bekommen. Trotz der Beziehung nahm Pocher kein Blatt vor den Mund und sagte so Dinge wie vor laufender Kamera, als sie schwanger war. Wir wollen natürlich auch über unser Kind reden, vorausgesetzt es ist von mir. Ist es von mir? Fragt er einfach seine Partnerin, die ein Kind von dem bekommen hat. Am 2.2.2010 kam dann auch die gemeinsame Tochter auf die Welt und im September 2010 fand dann auch die Eheschließung statt. Am 22. September 2011 kamen dann die gemeinsamen Zwillinge auf die Welt und im April 2013 wurde die Trennung bekannt gegeben. Seitdem lebt sie in Miami. Obwohl er ja auch gesagt hatte, dass die, er wollte sich schon vorher trennen, aber dann wurde sie ja nochmal schwanger. Genau. Mit der Trennung begann dann auch eine Schlammschlacht oder ein Rosenkrieg um den Aufenthalt der Kinder, Unterhaltszahlungen etc. Auch hier habe ich jetzt keine krassen Lästerattacken gefunden, sondern dass er bei den Global Gladiators 2017 über sie lästerte, sich darüber aufregte, dass sie halt so die Sorte Luxus-Vibe ist, das Nannys braucht, um Kinder groß zu ziehen. Und dass er sich darüber aufgeregt hat, dass er ständig so viel zahlen muss und er habe wohl Angst, dass seine Kinder mit der neuen Eheschließung Sandys zu kurz kommen würden. Oh, aber da sehen wir jetzt schon ein Muster jetzt, ne? Also er trägt seine privaten Probleme in die Öffentlichkeit und er versteht zwar nicht, dass er das tut, aber damit lenkt er ja auch die Öffentlichkeit auf seine Seite. Ja, weil Sandy hat dazu nicht viel gesagt. Dann gab es einen direkten Seitenhieb von ihm im selben Jahr, 2017. Er machte nämlich einen Post, in dem er verkündete, dass er nun eine Social Media Bitch werden will. Er schrieb dazu, ich werde mich jetzt nur noch in der Sonne fotografieren, kein Cappuccino mit lustigem Herzenschaum ist mehr von mir sicher. Immer wenn ich im Gym bin, werde ich euch schreiben, was für ein unglaubliches Workout ich gerade hinter mir habe. Und ganz wichtig, Hashtags nicht vergessen, not pregnant, no twins. Damit spielt er direkt auf Sandy ab, die zu dem Zeitpunkt mit ihrem zweiten Paar Zwillinge schwanger war und halt oft Fotos von sich nach dem Zumba machte. Wie viele Kinder hat die bekommen? Zweimal mit Zwillinge. Doppelter Schuss. Krass. Ja, ne? Ja. Bis 2020 war ihr Verhältnis richtig angespannt. Erst mit Amira begannen die beiden sich anzunähern. Vor allem Sandy ist ihr dankbar dafür, aber bis heute hast du ja auch gesagt, macht er ständig Witze über ihre Beziehung zu Boris Becker. Ja. Mittlerweile können beide ihre Trennung reflektieren, vor allem Olli erklärt halt, woran es gescheitert ist. Und was ich an all dem spannend fand, es gibt ein Interview mit Emotion von 2017, wo Pocher damit konfrontiert wird. Ey, warum bist du immer so kacke zu deinen Ex-Freunden? Warum redest du immer so schlecht darüber? Und er hat dazu gesagt, tatsächlich schweige ich oft und lange, ich ertrage auch viel und wenn ich mich schließlich wehre, buhen mich alle aus. Aber die Leute können von mir denken, was sie wollen. Ehrlich gesagt haue ich wenig Privates raus. Wenn ich wollte, hätte ich viel mehr zu erzählen. Er wird dann auch gefragt, wie es um die Verantwortung seiner Kinder steht, wenn er halt sowas macht. Da habe ich keinerlei Hemmungen. Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Das können sich meine Kinder gern alles in fünf Jahren im Netz anschauen. Keine Ahnung, das macht keinen Sinn, aber ja. Das können die sich alle im Netz anschauen. Ja, ja. Wow. Wie schön. Dass du einfach googeln kannst und sehen kannst, was für eine Scheiße dein Vater fabriziert hat. Ja. Und das ist so der Punkt, wo ich mich frage, versteht er, was das bedeutet, was er macht? Weil es ist ja alles egal. Es ist alles egal. Auch wenn seine Kinder in der Schule gemobbt werden, er bringt ihnen dann bei, zurückzumobben. Ist doch alles egal. Nimm nichts persönlich. Angeblich tut er es nicht, aber natürlich nimmt er es persönlich. Weil wenn du angegriffen wirst und du dann zurückschießt, und zwar halt auch wirklich noch böser, dann ist das ja eine Reaktion und auch ein Gefühl, was du ja dann auch formulierst, wie du dich gerade fühlst und du willst die Person wieder verletzen, zurückverletzen. Das sind alles doch Gefühle. Das zeigt doch einfach, dass es ihm natürlich ausmacht. Aber er versteht das gar nicht. Er bricht das Gefühl, der fühlt sich gar nicht. Und auch seine Umfeld sieht er nicht wirklich so. So fühlt es sich für uns zumindest an, wenn er halt sowas sagt. Es ist auch sehr ignorant, zu sagen, ist ja mir doch egal, was mit den Kindern ist und was sie dazu. Ja. Ich muss auch sagen, also wenn wir es jetzt gerade Revue passieren lassen, das sind halt alles Sachen, die er gemacht hat, die scheiße sind, kann man sich drüber aufregen oder nicht. Aber ich würde halt nicht über ihn reden, wenn er das, was er jetzt mit Amira gemacht hat, nicht gemacht hätte, von meiner Seite aus. Ich habe mich schon immer über Olli aufgeregt, wobei ich ganz früher, also was heißt Fan, ich fand ihn ja witzig, ganz, ganz früher, so 2010, 2012 rum. Das war auch damals ein Humor, den wir alle hatten. Ich meine, Mario Barth hat solche Witze gemacht und mittlerweile können wir über sowas nicht mehr lachen. Weil wir einfach weiter sind. Ja. Ich habe mir ein Clip von ihm angeschaut, wo ich wirklich früher auf dem Boden war. Ich auch. Ich habe Tränen als Kind gelacht. Tränen. Und dann gucke ich mir das genau das Gleiche an. Ich so, hmm. That's all you got. Warum ist das nicht witzig? Ja. Gar nicht. Ja. Und dann denke ich mir auch so, ja. Aber es hat sich auch von 2010 bis jetzt, allein schon zwischen 2018 und jetzt, hat sich so viel geändert. Ja. Und es wird sich immer noch viel ändern. Und wir werden immer noch genau darüber reden, was darf man im Humor und was darf man nicht. Und es wird sich immer verändern. Deswegen brauchen wir gar nicht darüber sprechen, was früher erlaubt war oder was früher okay war. Weil es war nämlich früher auch nicht okay. Ja. Nur man wusste nicht, dass es nicht okay ist. Weil man entwickelt sich ja weiter. So das Bewusstsein für seine eigenen, für seine Gefühle und seine eigene Freiheit, die verändern sich ja auch immer mehr. Okay. Jetzt kommen wir zu Amira. Oli und Amira lernten sich ja 2016 über Tinder kennen. Ich muss mir auch denken, was für ein Schock das gewesen sein muss, wenn du so ein Swipes weißt. Stimmt, ne? Einfach so ein Promis bei Tinder. Ja. Also ich dachte, es gibt sowas wie Raya oder sowas in Deutschland. Genau, genau. Für Promis, ne? Aber. Anscheinend nicht. Ne, anscheinend nicht. Oder vielleicht gibt es eine Promi. Vielleicht wollte ja auch jemand ganz Normales kennenlernen, deswegen ist er auf Tinder gegangen. War es okay? Weg von den ganzen Luxustussis? Im Oktober 2019, während sie mit ihrem ersten Sohn schwanger war, haben sie geheiratet und 2020 kam dann auch das zweite Kind zur Welt. Als sie sich kennenlerten, war Amira 24 und Oli 38. Fand ich auch interessant. In ihrem gemeinsamen Podcast Die Pochers verkündete Amira im August 2023, dass die beiden sich Anfang des Jahres getrennt haben. Mit der Aussage, wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können, wir sind getrennt. Oli machte daraufhin klar, dass er sich nicht trennen wollte und sagte, ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen. Alles schön und gut, alle haben die Trennung akzeptiert und nichts ist mehr danach passiert. Am 23.10. veröffentlichte die Bild-Zeitung einen wirklich vernichtenden Artikel über Amira und ihre angebliche Affäre mit dem Motivationscoach Björn Cattilato. Der ist doch ein Motivationscoach, oder? Glückscoach, was auch immer Coach. Das brachte Oliver so in Rage, dass er gar nicht mehr aufhören konnte, auf Instagram darüber zu posten, schmiedete Pläne, über was jetzt noch kommen könnte. Wie könnte er Amira und Björn jetzt mal richtig einen reinsetzen. Selbst die gemeinsame Stellungnahme von Amira und Björn, worin sie beteuerten, dass nichts bei den beiden lief, brachte irgendwas. Weil ich mir auch denke, was dachten die sich denn? Warum soll das auch was bringen? Du willst ja irgendwas sagen. Ja. Weißt du? Ja. Ich glaube, gerade weil das so over the top war, war das für Olli so, ja okay, fickt euch. Die hätten nichts machen können, weil bei Olli ist gar nichts mehr durchgedrungen. Nein, nein. Ich hätte auch gar nichts gemacht. Ja. Naja, gut. Olli verkündete kurz nach dem Debakel, dass er den Podcast die Pocher einfach mit seiner Ex Sandy vorführt. Mit dem Podcast-Beinnamen Frisch Recycled. Mhm. Dann führte er erneut sein super problematisches, aber erfolgreiches Instagram-Segment Bildschirmkontrolle ein. Boah, dieser Name, Bildschirmkontrolle, triggert mich schon so sehr. Und postet seitdem regelmäßig alles, was Amira gerade macht. Er zeigt sie da wirklich in diesen Bildschirmkontrollen? Nee, nee, sorry, das ist jetzt nach und nach, was er gemacht hat. Also er führte Bildschirmkontrolle ein, er postet regelmäßig über, das ist getrennt, genau. Nee, 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 der hat keine Bildschirmkontrolle über Amira gemacht. Wobei, Ansichtssache, diese Postings, wo er ja die... Ach, in den Storys sind ja schon eine gewisse Form der Bildschirmkontrolle. Es ist eigentlich in Bildschirmkontrolle. Ja. Und dann hat er ja natürlich sein alter Ego... Ähm... Dalai Karma. Dalai Karma gegründet. Wo ich auch sagen würde, okay, das ist witzig. Teilweise, nicht alles, aber teilweise. Ja, weil der Bion auch schon ulkig ist. Genau, richtig. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir denke, okay, dadurch, dass das ja der angebliche neue Typ von der Frau ist, ist das irgendwie ein bisschen komisch. Aber das war für mich nicht der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, der geht jetzt zu weit. Ich dachte eigentlich, dass das der Moment ist, wo er das alles wirklich ins Witzige zieht und dann die Beziehung vergisst und halt einfach so seine witzige Comedy-Routine nachmacht. Ich hatte wirklich kurz Hoffnung, dass das aber jetzt so umschwenkt. Ich habe diesen Dalai Karma auch lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Jetzt kann ich wieder... Wie der jetzt irgendwie auftritt. Der macht ja den Liebeskasper. Ich weiß es auch nicht. Nee, weil ich habe diesen Dalai Karma da auch nicht mehr gesehen. Müssen wir mal nochmal hier gucken. Vielleicht müssen wir ja doch eine Live-Show von dem besuchen. Nein, auf jeden Fall. Ach, ich kann nicht. Ich will dem gar kein Geld geben, ey. Genau. Dann ging er ja auch noch so weit, dass er ja seine Comedy-Tour in Anführungsstrichen mit dem Namen Liebeskasper angekündigt hat, wo er kontinuierlich Witze über Amira macht. Er macht auch Witze über andere Frauen. Aber ich habe das Gefühl, ich höre immer nur Witze über andere Menschen. Irgendwelche Bilder, die an die Wand geworfen werden, die irgendwie auseinandergenommen werden. Aktueller Stand, das ist so das letzte, worüber wir ja auch im Podcast gesprochen haben, er regte sich über gemeinsame Urlaubsbilder von Amira und ihrem neuen Boy Christian Düren in Südafrika auf. Er sorgte ja auch dafür, dass Düren aus dem gemeinsamen Management rausgeworfen wurde, worüber er im Podcast nicht gesprochen hat, jetzt das letzte Podcast. Und Amira auch slut-shamed im Prinzip dafür, dass sie es wagt, eigentlich ein Privatleben zu haben. Während er auf die Kinder aufpassen muss. Was sie ja auch für ihn tut, während er auf Tournee ist, um sich über sie lustig zu machen. Was ich auch interessant fand im Podcast, hat er gesagt, dass, also das kurz durchscheinen lassen, die Bilder, die er gesehen hat von Südafrika, solche Situationen sind nicht passiert, als er mit Amira unterwegs war. Er hat halt quasi suggeriert, dass in irgendeiner Art und Weise Amira dafür verantwortlich ist, dass es diese Bilder gibt, dass sie sich da inszeniert und da irgendwie mit dabei ist. Damit der Grund ist, dass es diese Paparazzi-Bilder überhaupt gibt. Also er sagt, von uns gab es ja auch keine Paparazzi-Bilder. Warum gibt es die plötzlich? Genau. Wo ich mir denke, es ist doch viel spannender, eine neue Single-Frau, die eine öffentliche Trennung von so einem Typen hinter sich hat, die da mit einem heißen Mann in Südafrika anwandelt, als sich ein verheiratetes Paar im Urlaub anzuschauen. Mit Kindern. Vor allem, die haben auch super viele Sendungen gehabt, wo die zusammen im Urlaub waren. Ja, die haben doch selber alles gepostet. Kritik prallt, wie wir ja gemerkt haben, komplett an ihm ab. Und er postete auch eine Story. Die Bild-Zeitung war ja eigentlich voll pro Olli, aber irgendwie ist sie jetzt nicht mehr pro Olli. Keine Ahnung. Die Bild macht aber immer Flip-Flop-Aktionen. Ja, die Flip-Flop-Aktionen. Deswegen, die Bild ist niemals auf deiner Seite. Gar keine ist auf deiner Seite. Vertraue keine Journalisten. Außer die, die jetzt letzte Woche bei uns war. Shoutout. So. Es gibt nämlich den Artikel von der Bild Plus. Das steckt hinter Pochers Pöbelattacken. Eine Therapeutin analysiert seine aktuelle Show. Ich dachte mir, geil, Mann. Das ist guter Bild-Content. Das würde ich dir niemals hören, außer jetzt. Er repostete dann diesen Artikel. In dem Artikel stand, ich lese kurz die, den Abschnitt. Der hat die Überschrift fotografiert, also gescreenshottet. Dann noch einen Ausschnitt. Laut Therapeutin zeigt Pochers öffentliches Verhalten Anzeichen einer tiefen Verletzung. Nach Ansicht der Therapeutin zeigt Pochers öffentliches Verhalten einer tiefen Verletzung und eines starken Bedürfnisses nach Selbstwertschutz. Sie erläutert, also diese Therapeutin, sein Umgang mit Trennungsschmerz scheint sich in einer Phase zu befinden, in der Zorn, Wut und das Bedürfnis, andere zu beleidigen und zu demütigen überwiegen. Wagner Hollatz deutete das als Anzeichen, dass Pocher sich möglicherweise noch in der Schockphase der Trennung befindet. Das heißt, wenn wir alle in Schockphase sind, können wir random, offen, öffentlich Leute beleidigen. Ne, Moment, das ist ja kein, das ist ja nur eine Klärung. Ich weiß, ich weiß, aber ja. Und ich meine, wenn ich jetzt gerade überlege, ja klar, haben wir ja alle gemacht. Nur halt im WhatsApp-Group-Chat mit unseren Freundinnen und nicht auf Instagram-Stories. Mit über einem Millionen Follower. Die Story-Views müssen so crazy bei dem sein. Dann kommentiert er das alles. Also der hatte ein, das Lied von Erva Mack, Sweet but Psycho. Oh, she's, we bought a psycho. Ach so. Ich glaube, das ist das. Ja. Und dann, vielen Dank für die Analyse. Ich war schockiert, verletzt und jetzt mache ich mich drüber lustig, um am Ende versöhnlich zu sein. Ist das ernst gemeint? Meinst du, ist das ernst gemeint, dass er jetzt versöhnlich sein wird? Nein, natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Er sagt ja auch in seinem Podcast, dass das, also anscheinend dürfen wir nur das ernst nehmen, was er in Interviews sagt, ansonsten nicht. Er sagt, das, was er auf seiner Comedy-Tour macht und auf Instagram und so, das ist Comedy. Das dürfen wir nicht ernst nehmen, das dürfen wir nicht so aufschreiben als Wahrheit. Nur das, was er in Interviews sagt. Erklär das mal den Leuten, die das ernst nehmen. Genau, richtig. Weil er checkt halt nicht, es gibt doch hier dieses Impact versus Intent. Genau, es gibt einen Unterschied zwischen, wie etwas wirkt und wie etwas gemeint ist. Und nur weil du etwas so und so gemeint hast, heißt es nicht, dass es in Ordnung ist, wie es dann gewirkt hat. Also man ist für beides immer noch verantwortlich. Ja. Zum gewissen Grad, ne, natürlich, also man kann immer Leute irgendwie verletzen, egal was man sagt, aber er muss da echt wirklich den Unterschied da verstehen. Dem Podcast mit Sandy nutzt Olli eigentlich nur, um sich über seine Ex auszulassen, finde ich. Das ist auch so ein bisschen ein Tagebuch über sein Leben und über die aktuelle Situation, über die Boulevardpresse zu sprechen. Also zumindest jetzt ist das so. Ja. Und was ich aber mag, ist, Sandy übernimmt eigentlich wieder die Rolle von Amira gegen Ende, wo sie halt einfach so ein bisschen Kontra gibt. Aber trotzdem noch versucht, also man merkt, dass Sandy Olli liebt, also auf einer freundschaftlichen Art und Weise und Vater ihrer Kinder und sich auch Sorgen macht. Und sie versucht, ihn dadurch so ein bisschen zu kontrollieren, glaube ich. Interessant, ja. Das merkt man halt vor allem in der aktuellen Folge. Hört er denn auch auf sie? Reagiert er darauf? Ja, ja, erzähl ich gleich. Okay. Genau, als die Gerüchte um die Affäre von Amira und Björn kursierte, sagte er, dass die Bild-Zeitung ja nichts Unwahres veröffentlichen würde, so in die Richtung. Und nun gibt es ja diese Gerüchte rund um die Affäre mit ihm und Cora und jetzt ist es so, die Boulevardpresse labert nicht auf Scheiße. Wobei er natürlich Cora in erster Linie in die Verantwortung zieht. Und ich bin mittlerweile, weil Maria und ich waren jetzt eigentlich bis jetzt gestern beide der Meinung, dass da doch was lief zwischen ihm und Cora. Ich glaube... Glaubst du nicht? Ich glaube nicht, dass die Sex hatten miteinander. Ich glaube, dass da vielleicht ein Kuss fiel oder so oder vielleicht... Okay, wie kommst du darauf? Ein bisschen was intimer. Ich weiß nicht. Also der hat ja im Podcast halt darüber gesprochen. Der hat halt wieder seine Witze gemacht, wo ich einfach denke, Olli, sag doch mal, ja oder nein. Einmal und dann kann sie wieder Witze machen. Und gegen Ende hat er sich halt darüber aufgeregt. Also eben ist es super wichtig, dass man gewisse Dinge nicht so und so darstellt mit dem Wissen, wie die Boulevardzeitung das da manipulieren wird. Wo ich immer einfach denke, aber du sagst ja selber Sachen, die man ja auch manipulieren kann auf einer gewissen Art und Weise. Also er ist wirklich ein Widerspruch in sich. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, er hat gegen Ende, finde ich, schon klar gemacht, dass da eigentlich nichts lief. Aber ich glaube schon, dass für ihn vielleicht nichts lief, aber für sie schon. Aber die hatte gesagt, dass sie Sex hatte. Ja, 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 ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, hat Olli eigentlich gelogen schon mal? Ich meine, er war ja auf Tour und hat ja einen Zwischenstopp bei Sandy gemacht. Er war da auch auf Tour und hat einen Zwischenstopp bei Cora gemacht. Ja, aber haben wir einen Beweis dafür, dass Olli mal gelogen hat? Wirklich straight up gelogen hat? Äh. Nicht, dass er, also er dachte ja, dass die Affäre zwischen Amira und Bion jetzt war. Aber sagt er konkret, nein, ich hatte nichts mit Cora am Laufen? Oder macht er einfach nur seine Witze? Also er sagt halt so, dass Cora, also er stellt Cora im Prinzip als psychisch krank dar. So ein bisschen. Aber er sagt nicht, nein, zwischen uns lief nichts. Nein, den Satz hat er nicht so gesagt. Dann all bets are off. Dann glaube ich Cora. Warum soll ich dem glauben? Das heißt, vielleicht hat er es nur als Sex empfunden und nichts mehr? Ja. So in die Richtung. Ja. Ah, okay. Das ist nichts, worüber man reden sollte. Ich habe quasi einmal nur Bängeli-Bäng gemacht. Einmal rein und raus. Ja. Ja. Ich finde es krass, dass er sie als psychisch krank darstellt. Ja, so empfinde ich das. Also er sagt halt so, ja, dass man halt Cora helfen sollte und so in die Richtung. What the fuck? Bro, man muss dir helfen. Mir geht es offensichtlich nicht gut. Ja, genau. In Folge 13 ist das übrigens, ist das ein Einsehen. Das ist ja das Name der Folge. Achso. Genau. Das ist nämlich ein Zitat von Sandy. Ah. Also wo sie gesagt hat, siehst du das gerade ein, was du hier gerade falsch machst? Also in der Folge, die fand ich mich sehr interessant, betont Sandy, dass beide ja Single seien und also sie, sie, also sie. Wir sind beide. Beide, also sorry. In der Folge betont Sandy, dass sowohl Cora als auch Olli ja auch Single seien und Amira ja auch und alle können ja tun lassen, was sie wollen. True. Das heißt, also das hat sie nämlich gesagt, nachdem er diese Witze über Cora gemacht hat und ich finde, sie geht da gar nicht so drauf ein, sondern macht ihm halt klar, du Olli, du musst mir das jetzt gerade nicht zugeben, was passiert ist oder nicht. Das ist auch egal. Du bist Single, du darfst machen, was du willst. Ja. Okay. Ne? Genau. So in die Richtung. Und dann sagt sie auch, dass sie die Schweiz sei und wenn überhaupt ist sie dafür, dass wieder Ruhe einkehrt. Dann sagt sie aber, schimpft quasi mit ihm, weil er sagt auch so, ja jetzt schimpfst du mit mir. Ich dachte, du wärst die Schweiz. So sagt er das, ne? Ja. Das ist wie, wirklich wie ein Kind. Und sie sagt, dass er Instagram als Waffe benutzt habe, um mit seinen Gefühlen um sich herumzuschlagen. Interesting. Das fand ich so, wow, Sandy, girl. Und was hat er gesagt? Ja, er hat sich halt voll drüber aufgeregt. Er sieht das gar nicht so ein. Nein. Er sagt, das ist nur Comedy, oder was? Er hat zwar eine Story gelöscht, das ist halt die Frage, ich weiß nicht, welche Story gelöscht wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass er die Story gelöscht hat, wo er diese Urlaubsbilder von Amira kommentiert hat. Die waren wohl zwei Stunden online und er wurde, also er, man hat ihn darum gebeten, die Storys zu löschen. Wenn ihr was wisst. Bitte. Ja. Ich hab's nämlich gefunden, jetzt auf die Schnelle. Ich schätze mal, Amira hat das gesagt. Okay. Oder so, kann ich mir vorstellen. Und da hat sie dann wiederum gesagt, also sie hat ihn erstmal kritisiert und geschimpft und meinte so, ne. Dann sagt sie aber, du kannst aber auch mit Kritik umgehen oder du hörst auch auf Kritik, was ich jetzt nicht unbedingt rausgehört habe. Ich glaube, er hört, aber er hört nicht. Also er hört, genau. Hears, but he hears and listens ist ja auch ein Unterschied. Genau, er hört es, aber er hört nicht zu. Ja. So vielleicht. Also sie belobt ihn dann halt auch, dass er ja auf Kritik schon reagiert und halt auch das umsetzt und so. Und ich denke, das macht er zwar widerwillig, aber er tut zumindest das, was dann Leute, die ihm wichtig sind, von ihm verlangen, nämlich diese Story runterzunehmen. Ich glaube, insofern meint sie das halt, ne. Aber er, ja, hat sich halt erstmal voll gewehrt, aber gegen Ende hat er dann doch versucht, so ein bisschen schlenker zu machen. Also ich denke schon, das ist ein bisschen Wirkungszeit. Diese Frauen, die in seinem Leben sind, Sandy und Amira, tun ihm richtig gut, glaube ich. Und haben ihm überhaupt die Möglichkeit gegeben, Vater zu werden und auch vielleicht ein besserer Mensch zu werden. Aber es ist sehr harte Arbeit und er ist 45 und ich weiß nicht, ob das jemals besser wird. I don't know. Genau. Er spricht dann halt auch über die Situation mit seinem Vater, ne, dass er einen Schwagerfall hatte und so und, ja, also ihm geht's halt jetzt nicht so gut wohl und dass es ihm halt auch nicht gefallen hat, dass er irgendwie so emotional online war. So hab ich das rausgehört. Dass er halt in letzter Zeit halt, ne, so auch sehr flip-floppt, ne, er hat die Sache mit, also er hat nicht unbedingt Situationen genannt, aber er hat zum Beispiel die Sache mit seinem Vater genannt. Der ist halt einen Tag super emotional, nächsten Tag ist er wieder witzig drauf, bla, bla, bla. Und dass er halt jetzt ne Pause machen möchte. Und also der Auftritt jetzt gestern, ich glaub der 29. Januar oder so, war jetzt erstmal der letzte Auftritt bis März. Und dann geht die Liebeskasper-Tour weiter. Aber es hörte sich so an, als würde er das ein bisschen verändern wollen. Das hoffe ich für ihn, für seine Ex-Freundinnen und für seine Kinder vor allem. Ja, weil es, ja, es ging halt viel zu weit, aber das können wir ja gleich noch diskutieren. Wow, okay. Im Kontext dessen dachten wir, wir brauchen irgendwie jemanden Schlaues, der uns was dazu sagt. Genau richtig. Jemand, der das studiert hat vielleicht. Psychologie. Es gibt die wunderbaren Trashologinnen, heißen die. Das ist ein Podcast und die haben auch einen Social-Media-Kanal, Instagram-Kanal, der psychologische Blick auf Trash-TV. Und uns hat die Dr. Dina eine Einschätzung und Meinung zu Oliver Pocher geschickt. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal das erste Segment an, eine ganz klare Einschätzung. Sie betont auch, damit ihr Bescheid wisst, sie hat nie mit ihm gesprochen. Das ist eine Art Ferneinschätzung. Genau, keine Diagnose, nichts dergleichen. Das ist wirklich ein Okay, das beobachten die jetzt gerade auch und wie schätzen die das auf so einer psychologischen Ebene ein? Das Verhalten, was wir gerade alle live miterleben, ist ja kein Einzelfall. Ein Erklärungsansatz wäre natürlich Male Entitlement, ein Konzept, was von Psychologinnen und Philosophinnen benutzt wird und was man auf Deutsch mit männlichem Anspruchsverhalten übersetzen kann. Wir leben in einer sehr patriarchalen Welt immer noch, in der vor allem aber nicht ausschließend weißen Cis-Männern von klein auf das Bild vermittelt wird, dass ihnen eigentlich alles in dieser Gesellschaft zusteht. Macht, Erfolg und vor allem auch Frauen. Ihre Körper, ihre Liebe, ihre Bewunderung und ihre unbezahlte Care-Arbeit. Die Idee von Male Entitlement wäre zumindest auch ein Erklärungssatz für die Situation von Oliver Pocher. Dass er das Gefühl hat, dass ihm alles zusteht, dass ihm Amira zusteht und dass er in dem Moment, wo sie sich abwendet und ihm das entzieht, was er als sein Recht ansieht, er das als die ultimative Kränkung ansieht und sich das für ihn anfühlt, als würde Amira ihm eines seiner Grundrechte entziehen. Und so eine ultimative Kränkung, die führt natürlich zu Wut und die Wut lässt er nun vielleicht an Amira aus. Und es könnte natürlich auch eine ganz klare Machtdemonstration sein, dass er klar zeigen will, ich habe die Ressourcen und die Bühne, um dich abzustrafen, wenn du mich verlässt. Er ist um einiges älter, hat extrem viel mehr Ressourcen, finanzielle Ressourcen und er hat natürlich aber auch soziale Ressourcen. Das heißt, er kennt viele Leute in mächtigen Positionen, bei der Presse und im Fernsehen, Leute, die wichtige Entscheidungen treffen. Das tut er auf jeden Fall. Sie stimmen ihr komplett zu. Ich meine, für Christian Düren gab es direkt Konsequenzen. Der wurde abgestraft, aus dem Management raus. Ist halt die Frage, können wir das jetzt ernst nehmen, was er gesagt hat? Ja, ne? Der wird doch aus dem Management rausgeworfen worden sein, oder? Sonst hätte er das doch nicht geschrieben, oder? Ja, es ist halt die Sache so, er sagt ja, alles ist Witz und was auch immer. Aber ich glaube, dass er das auch getan hat. Und er sagt ja immer, dass das, was er sagt, dass das keine Manipulation ist. Der ist ja nur er selber. Aber ich finde, das erklärt ganz genau sein Verhalten. Er strafft sie auf jeden Fall ab. Auf jeden Fall. Sie muss ja die ganze Zeit auch Angst haben. Das hat auch Dr. Dina in diesem Segment gesagt. Ich muss da nur einiges rausschneiden. Dass die ganze Zeit irgendwas kommt. Ja. Irgendwas exposed wird. Irgendein Kommentar. Ein krass feindseliger Kommentar. Der wieder einen ganzen Shitstorm auf ihre Seite bringt. Und natürlich auch sie und ihren Ruf und ihren Charakter diffamiert. Ja. Das ist heftig. Ja. Ich finde es Wahnsinn, wie Amira damit umgeht, dass sie wirklich eigentlich meistens still ist. Sie hat ihren Podcast mit ihrem Bruder, wo sie so ein bisschen was hier und da erzählt. Aber ich höre nicht so viel, dass sie da jetzt ständig irgendwelche Kommentare ablässt oder so. Sie lebt ihr Leben weiter. Sie geht ihren Hobbys nach. Sie geht ihrer Karriere nach und so öffentlich. Aber ich will gar nicht wissen, wie es ihr geht. Und ich will auch gar nicht wissen, was für Streitereien und Diskussionen die beiden auch haben. Von was erzählst du deinen Kindern? Warum macht das Papa? Ja. Papa ist einfach wütend auf mich. Sie sehen die Kinder Amira nicht weinen und fragen sich, warum weint Mama? Ich glaube nämlich nicht, dass sie nicht geweint und dass sie nicht verletzt ist. Und dass er ihr zeitweise irgendwie gefühlt ihr Leben ruiniert gerade. Also da muss Amira ja Glück haben, dass es in Deutschland, wobei ich weiß gar nicht, wie sind die Konsequenzen? Ist das wie in den USA irgendwie? Ich habe das Gefühl, in den USA gibt es immer Konsequenzen. Und dann werden irgendwie die Partnerin, die irgendwie in der Öffentlichkeit diffamiert wird, irgendwie schon irgendwie abgestraft mit weniger Werbesenden, was auch immer. Aber in Deutschland, ich glaube, ihre Karriere hat das jetzt keinen Abbruch getan, oder? Stand jetzt wüsste ich nicht was. Aber wir wissen noch nicht, was im Hintergrund passiert. Ja. Das ist schwierig. Ich finde, Leute könnten natürlich auch jetzt argumentieren und sagen, ja, aber es sind nur seine Gefühle und er lässt halt seine Wut raus. Ich finde aber, dass wir nicht vergessen dürfen, was das für einen Einfluss hat. Und das werde ich gleich auch nochmal kurz einspielen. Und zwar gehen die auch darauf ein, was bedeutet es konkret, wenn jemand mit dem Einfluss, und wie gesagt, Oliver Pocher ist seit zwei Jahrzehnten auf der Bühne steht der und ist einflussreich. Er ist so der Comedian in Deutschland. Wenn jemand sich so öffentlich verhält und was bedeutet das eigentlich ganz konkret für andere Menschen da draußen, die ähnliche Werte wie er teilen, was ja der Fall ist, ich meine. Und wie die dann mit ihren Partnerinnen und mit ihren Kindern und sonst was umgehen. Soll ich erst mal kurz vorspielen, was sie sagt? Ja, gerne. Und Frauenheit im Netz kann auch Gewalt im alltäglichen Leben befeuern. Denn wir müssen uns natürlich immer fragen, was macht das mit dem Durchschnitts-Fan von Oliver Pocher, wenn die Person jetzt von seiner eigenen Freundin verlassen wird, der Fan jetzt über Monate mitgekriegt hat, dass Oliver Pocher über die Mutter seiner Kinder öffentlich gedemütigt, verleumdet, falsch beschuldigt und tagtäglich Bilder und hasserfüllte Instagram-Stories veröffentlicht hat und dass er immer noch gefeiert wird und eine ausverkaufte Tour hat, dann ist das natürlich nicht abwegig, dass man das als ganz normal annimmt und das Gleiche dann auch in seinem eigenen Leben reproduziert. Ja, voll. Also man darf sich nicht einreden, dass man als Mensch in der Öffentlichkeit, der hat 1,7 Millionen Follower auf Instagram. Das ist für deutsche Verhältnisse mega viel, dass man keinen Einfluss darauf hat. Also man muss, also man sollte aufpassen, sich nicht so beschissen zu benehmen. Und der macht, der postet jetzt schon wieder, hat schon wieder was über Björn gepostet. Wobei gut, das finde ich irgendwie nicht mal ganz so schlimm. Der hatte so ein Meme. Björn, als er erfährt, dass Oliver Pocher sein Tanzpartner bei Let's Dance wird. So voll dumm, voll der, naja. Irgendwie, ja, das ist halt das, was, glaube ich, wichtig ist zu begreifen, dass das Konsequenzen hat, was er tut. Oh, wir reden schon lange. Und ich finde es schade, dass er das nicht begreift. Er begreift generell nicht, dass das, was er sagt und tut, Konsequenzen für Leute da draußen hat. Und Bilder, die immer wieder reproduziert werden. Und die gefährlich sind für die Menschen auf der anderen Leitung. Ja, also ich sehe aber schon seine Antwort. Warum bin ich dafür verantwortlich, wie andere Leute das empfinden? Die sollen doch selber lernen, was sie für sich selber machen wollen. Wir sind alle verantwortlich. Ja. Also so Leute, ja. Du kannst dich, wir leben nicht in irgendeinem Vakuum, wo unser Gesagtes keine Konsequenzen hat. Auch das, was wir in diesem Podcast sagen, hat Konsequenzen. Wird Leute verletzen, vor den Kopf stoßen. Und wir müssen uns auch immer wieder checken. Also jeder Mensch da draußen trägt eine Verantwortung für das, was er tut und was er sagt. Weil sonst würde Chaos herrschen. Und das muss er sich als Influencer, als jemand mit Influenz, halt ab einem Punkt mal eingestehen. Ja. Und ja, Olli, du bist Influencer. Du willst oder nicht. Du influenzt. Ja. Dann hatte ich sie auch gefragt, wie wir damit umgehen können. Weil wir wollen ja auch irgendwas daraus lernen. Was könnten wir besser machen? Natürlich nicht die eine Empfehlung. Und ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Im ersten Moment würde ich sagen, vielleicht macht es Sinn, es einfach zu ignorieren und ihm einfach keine Bühne mehr zu geben. Aber andererseits hat Oliver Pocher ja einfach eine riesige Bühne und viele Menschen, die ihm zuhören. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir sehen und vor allem das, was wir immer und immer wieder sehen, das beeinflusst ja, was wir als richtig und auch als normal ansehen. Und das beeinflusst gesellschaftliche Normen. Und deswegen würde ich sagen, dass es schon wichtig ist, das nicht unkommentiert zu lassen und immer wieder zu sagen, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung ist. Und ich würde vielleicht auch inhaltlich gar nicht zu genau darauf eingehen, was er jetzt genau sagt. Also als Beispiel, man muss vielleicht nicht inhaltlich immer wieder diskutieren, wie absurd das ist, dass er sich darüber echauffiert, dass er jetzt die Kinder zur Schule bringen muss, während Amira in Südafrika ist. Sondern stattdessen immer wieder ganz klar einordnet, dass das, was er da gerade macht, dass er seine Macht nutzt, um sie zu diffamieren. Dass es nicht okay ist, sich so zu verhalten und eventuell auch halt darauf hinweisen, dass das extrem gefährlich für Frauen werden kann, wenn Männer sich da so krass reinsteigern und die Frau nicht gehen lassen können. Das war auch genau das Problem, was uns gestern aufgefallen ist, als wir darüber recherchiert haben. Wo ich gesagt habe, so irgendwie kriege ich es nicht hin. Was wollen wir jetzt mit dem Ganzen? Ich kann jetzt natürlich aufzählen, was Olli alles falsch gemacht hat und was er alles getan hat. Aber was wollen wir im Großen und Ganzen sagen? Und ich finde, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut gemacht, indem wir, das mit Amira war ja auch total kurz gefasst, weil am Ende des Tages geht es ja, wie Dr. Dina auch schon sagt, darum, was er gerade tut, dass er seine Plattform nutzt, um Amira zu diffamieren, um seine Familie eigentlich auch irgendwo zu zerstören. Ja, und dass es auch in unserer Verantwortung liegt, zu betonen, dass das nicht richtig ist, dass man so nicht mit Ex-PartnerInnen umgeht. Und ich finde schon, dass wir das ja auch tun und dass mittlerweile auch viele das tun, auch seine Fans, weil die schreiben auch immer, Olli, ich finde ich an sich super, bla bla bla, aber das geht jetzt zu weit. Und der Moment, wo er, können wir jetzt mal kurz darüber reden, wo der Moment ist, wo es ja zu weit ging, war für mich, also es ging mit dem Artikel los, dann gab es ja, ne, da hat er irgendwie um sich geschossen so ein bisschen, hab ich sogar irgendwie verstanden, jetzt im Nachhinein, obwohl ich mich das mittendrin echt abgefuckt hat. Dann hat er seine Liebeskaspertur da angekündigt und seine Biancatilato-Karikatur, war auch alles witzig. Aber als ich dann gemerkt hab, okay, der Witz ist jetzt vorbei, aber er hört mit den Story-Posten nicht auf. Ja. Und ich glaube, für mich war als Amira, ich glaube, das mit den Urlaubsfotos jetzt mit dem Düren. Das war zu viel. Ich glaube, das, da hab ich gemerkt, okay, weil ich dachte nämlich, als sie im Silvester sind die sich ja wieder freundschaftlich näher gekommen, dachte ich mir, okay, gut, jetzt ist es gerade vorbei irgendwie, aber dann war es ja trotzdem nicht vorbei. Ja. Und es ging immer weiter. Ja. Also, ich glaube, mein erster Moment, wo ich dachte, es geht zu weit, war diese Liebeskaspertur eigentlich, aber da wusste ich halt noch nicht, worum wird es jetzt wirklich gehen. Aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, war diese ganze Sache mit dem Düren und dass er den wirklich aus dem Management geschmissen hat und so. Für mich wurde es in dem Moment zu viel, als es nicht mehr Comedy war, als wir nicht mehr auf so einer Meta-Ebene waren. Genau, richtig. Sondern als er wirklich persönlichen Schaden anderen Menschen, die unbeteiligt waren, angerichtet hat. Das war sowas wie Krankenhausfotos von Bionds Kind zu zeigen. Oh, vergessen. Das, oh, 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 oh. Weißt du? Sein eigenes Kind vor die Kamera zu zerren. Man sah zwar nicht das Gesicht des Kindes, aber Stirn und Haare. Und dann dazu sagen, ja, jetzt bin ich allein mit meinem Kind. Was, das hört das Kind ja? Das ist keine Comedy. Und dann natürlich jetzt mit Südafrika ständig irgendwas zu zeigen, irgendwelche Männer fertig zu machen, das ist ein Reste-Ficker und der ist doch eigentlich vergeben und bla, bla, bla. Also in dem Moment, wo er halt wirklich angefangen hat, Leute schaden zu wollen, da war die Comedy vorbei. Und das ist ja auch das, was ich bei der Bildschirmkontrolle so schlimm finde. Der hat genau das Gleiche gemacht und hat den Leuten richtig Schaden zugefügt. Egal, ob man Anne Wünsche gut findet, egal, ob man diese ganzen Influencer gut findet, braucht die nicht gut finden. Aber der hat die wirklich, wirklich im Detail auseinandergenommen, alles analysiert. Es ist halt wie so ein Kreuzzug aus dem Mittelalter. Es ist ein Kreuzzug. Er hat seine Werte, seine Rüstung, daran glaube ich. Sein Handy ist sein Schwert. Genau, sein Handy ist sein Schwert. Und los geht's. Ja. Du hast gesündigt, also wirst du jetzt abgestraft. Genau, richtig. Leute, wir wollen von euch wissen, wann habt ihr gemerkt, ging es zu weit mit Pocher? Wie ist eure Meinung dazu? Gerne auch ein Feedback. Und ansonsten machen wir jetzt Feierabend. Und noch eine Sache. Und was machen wir jetzt mit ihm? Was machen wir jetzt mit ihm? Wie geht ihr damit um? Ja. Entfolgen? Genau. Was für Konsequenzen gibt's? Was erwartet ihr von Olli, damit man ihn in irgendeiner Art und Weise weiterhin unterstützen kann oder in der Öffentlichkeit lassen kann? Weil letztendlich canceln gibt's halt nicht. Das stimmt nicht. Das ist unwahr. Aber was können wir halt jetzt tun? Ja. Ich denke, also ich überlege halt auch so, was ist die Konsequenz für uns? So wie gehen wir halt auch mit Berichterstattung über ihn um? Wollen wir überhaupt noch weiter über ihn reden oder nicht? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, jetzt ist fast alles schon ausgesagt. Irgendwie der Drops ist gelutscht. Weil zum Beispiel bei Hendrik Stoltenberg war für mich halt klar, als diese ganze Nazi-Debakel-Sache kam, wir haben darüber nochmal gesprochen und jetzt hab ich keinen Bock mehr über ihn zu reden. Das ist eh langweilig, keinen Bock auf den. Ja. Und ich denke, dass bei Olli jetzt vielleicht auch… Schlecht im Schacht für uns ist. Genau. Bis er vielleicht eine Kommilitur macht mit, keine Ahnung, Psychologie, keine Ahnung, wo er sich selber untersucht und sich entschuldigt. Eine Apology-Tour. Eine Apology-Tour. Ja. Wow. Okay. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter ok-tschau-Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wie ihr uns hört. Und hinterlasst uns bitte eine positive Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao. Ciao. Ciao.